Matt Sandin, Henrik und Daniel Seedin, William Nieländer, Henrik Lankwist, ihr merkt schon, heute geht es um das Eishockey in Schweden. Los geht's! Wolle der Eishockey-Podcast! Wolle der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser Episode. Ja, heute geht es, wie gesagt, um Eishockey in Schweden und als ich seine Podcasts, seine XXL-Podcasts gehört habe, wusste ich, dass wir mit ihm im Rahmen von Wolle nochmal genauer auf das schwedische Hockey schauen müssen. Er ist mein Ansprechpartner, wenn es um die Grizzlies-Voicebook geht und er steckt da natürlich hinter dem großen und tollen Podcast Free & Free Overtime, den wir natürlich alle als Eishockey-Fans kennen. Wir begrüßen unseren Podcast-Freund Sven Grosche. Grüß dich! Ja, hi Helmut! Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Man muss dazu sagen, an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, hast du auch noch Geburtstag. Wir wollen noch nicht gratulieren, weil wir natürlich im Vorfeld aufnehmen, aber trotzdem schon mal für unsere HörerInnen, dass sie wissen, wo die Glückwünsche hin müssen. Ja, wenn es dann erst kommt, ist es nicht schlimm, sonst gibt es Unglück. Genau, deswegen wollen wir es jetzt nochmal kurz erwähnt haben. Perfekt. Ja, Sven, freut mich, dass wir heute über Eishockey in Schweden sprechen. Wir wollen mal ganz kurz auch so ein bisschen Revue passieren lassen, was du in deinen zwei bisher erschienenen Episoden alles besprochen hast. Erst waren, wie gesagt, ich würde es jetzt mal beschreiben als sehr inhaltsvoll. Da dachte ich, da müssen wir nochmal genauer drüber sprechen. Du hattest ja auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist hier bei Bulli quasi dann Teil 3 dieser Schweden-Episode, was uns natürlich einerseits ehrt, andererseits wollen wir natürlich in Form dieser Episode auch deine Sicht erfahren, wie du das schwedische Eishockey empfindest. Deswegen, erste Frage mal dazu, welche Verbindung hast du denn generell zum schwedischen Eishockey? Ja, die Verbindung habe ich tatsächlich, wie das, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesprochen, wie man zum nordamerikanischen Hockey kommt. Oft ist es über irgendwelche privaten Kontakte und so war es tatsächlich bei mir mit dem schwedischen Eishockey. Ich habe sozusagen von meinem jetzigen Lieblingsteam in Schweden, das sind die Vekuil Lakers, für die, die nicht schwedisch sprechen, wird es Vekuil Lakers geschrieben. Ja. Und ich bin ja schon seit 2004 oder 2005, glaube ich, fahre ich jedes Jahr zwei, also manchmal zweimal, manchmal dreimal, aber einmal mindestens eigentlich nach Schweden. Und wir sind eigentlich da immer lange Zeit zumindest bei unseren Freunden in der Nähe von Vekuil gewesen. Und die wohnen so 20, 30 Kilometer nördlich von Vekuil und die sind Vekuil Lakers-Fan gewesen. Und ja, wie gesagt, dann erzählt man mal so ein bisschen, wir waren aber halt immer in der Sommerzeit da. Im Frühling oder im Sommer. Und wir waren, glaube ich, ein einziges Mal nur, waren wir mal im November da, aber das war noch ganz zum Anfang, als ich mit Eishockey überhaupt noch nichts am Hut hatte. Und dann sah man natürlich, wenn wir dann wieder zu Hause waren, man ist über Facebook befreundet und so, und dann sieht man mal, was die so für Bilder posten und was die so treiben in der Zeit, wenn wir nicht bei denen sind. Und dann sah man halt, dass die ab und zu beim Eishockey waren. Und wie gesagt, da war ich selber noch gar kein richtiger Fan vom Eishockey, also nicht von den Grizzys und auch so generell. Man hat dann nur mal mitgekriegt, wenn mal Eishockey dann bei Olympia war, das hat man natürlich schon gesehen. Aber ansonsten war ich jetzt kein großer Eishockey-Fan. Aber wir sind ja immer im Sommer da hochgefahren und dann sahen wir da so einen riesengroßen Sportkomplex immer größer werden. Und unter anderem auch die, jetzt heißt es wieder Arena, wachsen und wachsen. Und ich hatte dann auch mal gefragt, was bauen die denn mal da? Dass das ein Sportkomplex ist, das wusste ich, das stand ja auch so dran. Aber ich wusste jetzt damit sonst nicht so anzufangen. Und dann haben das meine schwedischen Freunde mir erklärt, dass da ihr Lieblingsteam demnächst dann einzieht quasi. Also die Halle, so eine kleine Halle ist ja da auch schon gewesen und so. Und das war halt spannend, diesen ganzen großen Sportkomplex wachsen zu sehen. Und irgendwann habe ich dann auch zu meiner Frau gesagt, wir müssen irgendwann auch mal halt in der Saison da rüberfahren. Nur hatte ich natürlich einen schulpflichtigen Sohn und dann kannst du das nicht mal einfach so machen. Ja, also Waxar, das wird wahrscheinlich erst was, wenn der dann aus der Schule raus ist und wenigstens in der Ausbildung ist. Dann muss man sich nicht mehr ganz so intensiv kümmern. Ja. Und so war es dann. Dann kam Corona ja noch dazwischen. Da war er zwar schon aus der Schule raus und in der Ausbildung, aber da war halt Corona. Und in dem Jahr davor wollten wir eigentlich schon rüber. Da war aber nochmal so ein ziemlich heftiger Corona-Ausbruch. Und da haben wir dann, also aus Sicherheitsgründen, weil die in Schweden das Ganze ja ein bisschen lockerer gesehen haben, haben wir dann gesagt, okay, dann halt nächstes Jahr. Naja, und dann sind wir halt im letzten Jahr dann tatsächlich auch das erste Mal in der Saison drüben gewesen. Und haben dann, ja, das, was wir dann schon, allerdings über längere Zeit habe ich das dann natürlich die Veku Lakers dann auch verfolgt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die nicht so intensiv verfolge, wie ich das auch jetzt noch nicht. Da bin ich eher so mehr so Fan und weniger der Berichterstatter über das schwedische Hockey und lasse da auch mal Sachen einfach laufen, ohne dass ich jetzt tiefgründige Hintergründe wissen muss. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch, muss man halt auch dazu sagen, ich spreche zwar ein bisschen Schwedisch und verstehe das auch, kann das auch lesen. Und man versteht schon so ein bisschen in den Presseberichten und was so in der Zeitung steht, worum es dann geht. Aber es ist mit der Informationsbeschaffung auch nicht ganz so einfach, weil vieles ist mittlerweile wie in Deutschland auch hinter der Bezahlschranke. Und dann braucht man halt so Kontakte, die man hat, die man dann mal anschreiben kann. Und wenn, das fing dann so langsam an. Ich habe noch ein anderes Pärchen, was ich sehr gut kenne mittlerweile. Und die waren ja auch als Interviewpartner dann in meiner Sonderepisode mit drin. Das sind Passi und Ilka. Die sind Röckle-Fans und wohnen in Karlstadt, da wo Feriestadt beheimatet ist. Und wenn ich dann mal was wissen wollte über Spieler aus der schwedischen Liga, die ja entweder als Gerücht oder tatsächlich schon gemeldet sind für sozusagen in die DEL oder gar zu den Grizzlies, dann wusste ich, an wen ich mich wenden konnte. Und von denen habe ich dann auch fachkundig Auskunft gekriegt, was man denn da so zu erwarten hat, wie die so als Spieler waren in der schwedischen Hockelliga oder vielleicht auch in der Osvenskan. Und dann wusste man schon so ein bisschen mehr. Also mehr als man für gewöhnlich in Deutschland dann von denen mitkriegt. Ja, das Witzige ist ja jetzt, wo du sagst, du verfolgst jetzt das Team nicht. Liebe HörerInnen, der Sven sitzt hier mit einer Weckjö-Lakers-Kappe. Ich sehe im Hintergrund ein Trikot dieses Klubs. Einen Pulli sehe ich da noch. Ja, und ich glaube auch noch ein paar Caps kann es sein. Ja, das stimmt schon. Ja, also ich bin schon Fan von denen. Aber es ist halt anders als das, was ich mit den Grizzlies habe. Weil bei den Grizzlies bin ich ja nicht nur Fan, bin ich auch Fan, aber da bin ich eben auch Berichterstatter. Und da muss ich schon ein bisschen analytischer an die Sache rangehen. Und habe natürlich auch, wenn die Saison ist, eigentlich zumindest an den Spieltagen immer irgendwie Kontakt mit Spielern oder mit Offiziellen von den Grizzlies und spreche mit denen dann. Und das ist eben anders als über eine Liga, die 1.000 Kilometer weg ist oder 800, 900 Kilometer im südlichsten Fall. Und mein Team ist ca. 1.000 Kilometer von mir entfernt. Da hat man ja allein schon diese physische Nähe nicht. Kommen wir mal zu deinem Podcast. Wie gesagt, du hast schon die beiden angesprochen. Ilka und Pasi mit den beiden sprichst du über das schwedische Eishockey. Woher kennt ihr euch denn? Weil das hat sich ja schon sehr vertraut angehört. Das war jetzt nicht so dieses Interviewformat, sondern ihr kanntet euch davor schon ein bisschen. Ja, woher kennen wir uns? Also ich habe ja eine lange Schweden-Affinität. Das hatte ich ja schon erklärt. Und ich war in Schweden 2009 für ein Praktikum im Rahmen meines Studiums. Und da war ich drei Wochen an der königlichen Bibliothek in Stockholm und habe da sozusagen Bücherwurm gespielt. Und mein Projektleiter da in Stockholm war der Dr. Czajka. Und der war damals mit der Ilka verheiratet. Und der Dr. Czajka, das ist ein Deutscher, der hat in Helsinki studiert und hat eigentlich seit seines Akademikerlebens eigentlich fast überwiegend in Skandinavien verbracht. Ist ein ausgezeichneter Kenner von Skandinavien und der Geschichte Skandinaviens. Und der ist da, wie gesagt, war mein Betreuer für diese Arbeit, die ich da machen sollte in dem Praktikum. Und ich war dann, weil wir uns da wirklich sehr nahe gekommen sind in diesen drei Wochen, die ich da zugange war, war ich dann auch mal eingeladen bei ihm zu Hause. Und da war dann seine Frau Ilka, die jetzt, wie gesagt, mit Passiv verheiratet ist. Aber das war sozusagen unser Berührungspunkt. Und wir sind, ich bin auch mit dem Dr. Czajka nach wie vor noch in Kontakt. Auch über Facebook ist das ja heute so. Also wir gelegentlich, ja, hat man mal kurzen Kontakt. Und mit Ilka ist das auch über die gesamte Zeit so geblieben, obwohl wir da uns nur einmal gesehen haben. Und aber das ist eben so, wenn man dann mal sich sympathisch gefunden hat, dann bleibt man da irgendwie beieinander. Und dann irgendwann kamen sie dann halt mit Parsi zusammen. Und dadurch habe ich dann Parsi auch kennengelernt und habe halt mitgekriegt, was für ein verrückter Eishockey-Fan der ist. Und dass er halt Rögle-Fan ist. Und dann haben wir uns gegenseitig manchmal so ein bisschen aufgezogen, weil er mitgekriegt hat, dass ich halt Weckkühl ganz witzig finde oder ganz gut finde. Und naja, wie das dann so kommt. Aber dadurch entwickelte sich natürlich so dieses Verhältnis, dass ich halt, wenn ich mal was brauche, von Parsi da wirklich auch fachkundige Einschätzungen kriege, weil er wirklich schon lange, lange Fan. Und ja, er ist schon ein bisschen mehr als nur ein normaler Fan, weil er sich auch analytisch mit der ganzen Sache auseinandersetzt. Und da kriegst du schon gute Einschätzungen. Und da kann ich mich auch immer darauf verlassen, was ich von ihm kriege. Das hat dann auch Hand und Fuß. Ja, wir wollen mal so auf ein paar Themen eingehen, die du natürlich im Podcast schon besprochen hast. Trotzdem hätte ich da noch so ein bisschen Nachfragen auch für unsere HörerInnen. Ihr thematisiert ja unter anderem auch den Auf- und Abstieg. Wie ist denn das in Schweden geregelt und wie sind da die Unterschiede zu Deutschland? Ja, also in der Tat gibt es Auf- und Abstieg. Noch, muss man vielleicht einschränkend sagen, wer den Podcast gehört hat oder das Interview mit Parsi hat ja auch gehört, dass Parsi der Meinung ist, dass es durchaus sein könnte, wenn denn endlich wieder eins der beiden, da aber vor allen Dingen in den Jürgen, Stockholm-Teams wieder aufgestiegen ist in die SHL, dass es dann ganz schnell dicht gemacht wird. Und ich hatte letztens, war ich als Gast bei der ersten Ausgabe, will ich an der Stelle auch gerne mal Werbung machen, von Hockey-Kertern. Das ist ein Podcast, der ist ganz neu über das schwedische Hockey mit dem Matthias. Der macht das wirklich sehr, sehr toll und kann ich nur raten, folgt dem. Werden wir auch in die Shownotes packen natürlich. Genau, dem Fan-Account und auch dem Podcast selbst. Der macht das wirklich gut, der macht jetzt irgendwie Vorausschau für alles. Und da habe ich genau über diese Sache mit ihm nämlich auch drüber gesprochen. Und der, ja, der sieht das auch so, dass diese, und sagte dann auch in unserem Gespräch, dass es da immer wieder so Evaluierungen gibt. Das ist da in Schweden auch üblich, dass man Dinge, die man macht, nach einer gewissen Zeit mal guckt, ob das okay ist oder ob man etwas verändern kann. Und das ist nicht nur im Eishockey so, sondern die Schweden sind so. Also die sagen nicht, das läuft jetzt immer gut und dann lassen wir das so, sondern man guckt immer mal, ob man vielleicht etwas ändern kann. Sehr pragmatisch sind die da, was sowas angeht. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht die Liga aufstockt oder so, dass die dann endlich wieder hochkommen. Weil dieses Derby ist natürlich gut. Das heißt, es wäre dann möglicherweise dann in dem Zuge nicht nur Jürgaden wieder oben, sondern auch AIK dann, die sich da immer kräftige Derbys dann geben. Mit teilweise 13.000 Fans in der Avicca Arena. Das ist schon nicht so schlecht. Du wirst die Arena kennenlernen. Das ist schon was Gutes. Ich war nie drin übrigens. Ich bin in meinem Praktikum, bin ich jeden Tag zweimal dran vorbeigefahren. Oh, okay. Aber es ist schon sehr imposant, dieses Gebäude. Da werde ich dann dem Schweden-Experten Sven was voraus haben. Wahnsinn. Ich werde dir auch keine Bilder schicken. Nee, ich weiß. Nicht neidisch machen. Ich weiß, dass ich die auf jeden Fall schon kriege. Ja, und das ist halt, um jetzt nochmal auf Auf- und Abstieg zurückzukommen. Tatsächlich gibt es diesen Auf- und Abstieg, ich weiß jetzt nicht ganz genau, bis in welche Tiefe das runtergeht. Auf jeden Fall aber bis in die dritte Liga. Das weiß ich ziemlich genau, weil in der letzten Saison sind in die Ost-Svenskern, das ist ja die zweite Liga quasi, aus der dritten Liga dann nämlich die Niveau Vikings aufgestiegen, ein Smaller-Team, die sich sportlich sozusagen qualifiziert haben. Und es gibt auch den Abstieg. Brünes hat es jetzt getroffen aus der SHL. Die sind nach zehn Jahren in der SHL abgestiegen und dafür ist Moodoo sportlich aufgestiegen. Aus Svenskern, was die zweite Liga ist, was mich halt freut, wegen Miguel Orgott. Der hat mal bei den Grizzlies gespielt und wer von dir angesprochenen Interview-Episode über die schwedische Liga gehört hat, der wird das Interview mit Miguel Orgott auch gehört haben. Und da bin ich natürlich auch immer mit einem Auge gucke ich auch immer zu Moodoo. Das wird jetzt in dieser Saison spannend, weil es jetzt tatsächlich nach, ich glaube, 2016 haben sie zuletzt in der SHL gespielt und sind dann abgestiegen und haben es immer wieder versucht, aber sind immer wieder gescheitert. Und nun hat es jetzt endlich geklappt. Ob es an Miguel Orgott allein gelegen hat, ist natürlich zu bezweifeln. Aber ich glaube, er hat schon einen gewissen Anteil, weil er war schon eine von den Figuren im Team, die da auch wirklich gute Leistungen abgeliefert haben. Aber das Team hat halt über die gesamte Saison die Liga auch dominiert. Ähnlich wie Kassel, nur dass die es halt geschafft haben. Kleiner Zeit. Wenn man jetzt so über den Modus vielleicht erzählen will, ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch interessiert. Oder eure Hörerinnen, wie ihr immer sagt. Wir sind ja noch nicht so am Gendern bei uns im Podcast. Da läuft es halt so, die ersten sechs Mannschaften sind automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert. Das ist so ähnlich wie bei uns in der DRL ja auch. Dann von sieben bis zehn sind die Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert. Und dann gibt es noch die letzten beiden Mannschaften. In der letzten Saison waren das halt Brünes und Malmö. Die sind für Relegation oder Playdowns oder wie man es nennen will, das spielen die dann untereinander aus. Wie gesagt, in der letzten Saison hat es dann Brünes erwischt. Malmö hat die Kurve nochmal gekriegt. wird Reugle freuen. So hat Reugle ihren Lieblingshassgegner behalten. Und es gibt, das freut natürlich auch Parsi dann, weil es dann halt diese wirklich gute Rivalität auch weitergibt, wo es dann auch mal richtig zur Sache geht da. Ja. Genau. Und aus Wenskan läuft es halt ähnlich. Da ist im Prinzip dasselbe. Achso, was ich vielleicht noch vergessen habe. Platz 11 und 12, die können sich zurücklehnen. Die sind weiter drin, müssen sich auch nicht sorgen um irgendwelche Playoffs oder Playdowns, sondern für die ist einfach die Saison dann zu Ende. Ja. Es sei denn, man heißt Christian Stad, so sagt man es auf Schwedisch, also Christian Stad. Die haben in der letzten Saison das Pech gehabt. Oder sagen wir mal andersrum. In der letzten Saison hatten sie schon eine Sondergenehmigung, überhaupt mitspielen zu können, weil sie die finanziellen Voraussetzungen eigentlich nicht erfüllt haben. Und die haben für diese Saison keine Lizenz mehr gekriegt für die Ostwenskan. Das heißt, sie mussten zwangsabsteigen. Sie haben dann noch Einspruch eingelegt, aber ich habe jetzt gerade vorhin nochmal geguckt, die sind bei Elite Prospekt in der dritten einkwartiert, also in der Etan, und werden also dann offensichtlich mit ihrem Einspruch nicht durchgekommen sein. Und so ähnlich ging es Vita Heston auch. Die mussten Konkurs anmelden und sind deswegen auch aus der Liga downgegradet worden, sozusagen. Warte mal, ich muss mal das Ding hier ausschalten. Jetzt haben wir hier Geräusche. Ja, und das ist, das einen freut, ist das anderen leid. Oder das einen leid, das ist das anderen freut, denn dadurch hat es Kalmer geschafft, in die Liga zu kommen, in die Ostwenskan. Und es zudem, weil ja Vita Heston rausgeflogen ist, ist Wester Wieg, das eigentlich gegen Tingsröth im Playdown rausgeflogen ist und eigentlich in die Etan abgestiegen wäre, dürfte dann doch drinbleiben. Also insofern war das jetzt so ein bisschen Glück. Was für mich als Wahl-Small-Länder auch ganz gut ist, weil ich habe jetzt in der Ostwenskan drei Teams, die ich sozusagen in Smallland mal besuchen könnte, wenn ich es mal noch schaffe, rüberzukommen. Und dann auch in der SAL, da ist ja, also in der Ostwenskan ist es Kalmer, Nübrö und Tingsröth. Und in der SAL ist es Weckhö, Oskar Schamm und Horvay Huttiet, also HV 71 in Jönköping. Das ist alles, das sind so diese Rivalitäten und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch cool zur Sache geht, weil die sind nicht so weit auseinander, da wird man dann auch gut gefüllte Arenen haben. Und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel an Mannheim und Schwenningen denkt oder an München und Augsburg, da ist ja auch immer eine gewisse Rivalität in der DEL und dann sind die Arenen in der Regel auch richtig voll und da gibt es dann auch eine super Stimmung und so ist es da auch zu erwarten. Also insofern sehr cool auch für mich. Ja, genau, das ist schon ganz cool und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, AIK und Jürgaden, wenn man sich mal vorstellt, in einer zweiten Liga 13.000 Fans in einer Arena, die ein zweites Ligaspiel anschaut im Eishockey, das ist der Wahnsinn. Ja, wie wird denn so das Eishockey in Schweden, sag ich jetzt mal, bewertet? Was hat das Eishockey in Schweden für einen Stellenwert? Vor allem im Vergleich jetzt mit Deutschland. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Also Eishockey in Schweden ist ähnlich hoch angesiedelt wie Fußball, würde ich sagen. Also im Sommer geht man zum Fußball und im Winter geht man zum Eishockey. Also Fußball ist das Ausgleichsprogramm, wenn mal nichts läuft. Ja, kann man schon so sagen. Wobei, es überschneiden sich die Saisons natürlich auch ein bisschen. Also die nehmen sich aber nicht zwingend ihre Zuschauer weg. Also das ist aus meiner Sicht schon ein relativ gutes Nebeneinander. Teilweise sind die Eishockey-Teams in denselben Organisationen ja drin wie die Fußballteams. Und dann gibt es die gleichen Rivalitäten im Fußball wie auch im Eishockey. Also wenn man jetzt diese Rivalitäten nochmal hochholen will. Und deswegen, also die Schweden können ganz gut mit verschiedenen Sportarten umgehen. Und die dann auch gleichberechtigt sehen. Also ich hatte mal irgendwann, als ich da oben war, ein Bild aus einem kleinen Sportladen gepostet. Bei Twitter, bei unserem Account. Das war wirklich ein ganz kleiner Sportladen. Und die Hälfte von dem Sportladen war Eishockey-Abteilung. Und das ist halt wirklich, in allen Sportläden findest du immer irgendwas zum Eishockey. Es ist nicht überall immer so groß wie das, was ich da gezeigt habe. Aber es ist, in Sportläden ist Eishockey auch da. Also mindestens gleichberechtigt mit Fußball und mit Leichathletik. Das ist übrigens auch einen großen Stellenwert in Schweden. Jetzt hast du die Zuschauer gerade angesprochen. Jetzt warst du ja auch schon bei einigen Spielen. Wie ist denn da so die Stimmung? Ist das vergleichbar mit der DEL, dass man sagt, da gibt es vielleicht irgendwie Fangruppierungen, die Stimmung machen oder ist es eher so ein bisschen leiser? Wie können wir uns das vorstellen? Es ist schon so ein bisschen wie bei uns. Es gibt, das hatte ich nämlich die gleiche Frage auch Passi gestellt, ob es denn so Ultras oder sowas gibt. Und sie gibt es tatsächlich auch. Eigentlich gibt es an jedem Standort auch so einen Fanclub, der da so für die Stimmung zuständig ist. Das ist an dem einen Standort ein bisschen kleiner, an dem anderen Standort ein bisschen größer. Aber das ist auch so wie bei uns. Man hat halt so eine Art Kurve. In dieser Kurve, das sind meistens Stand, also Stehplätze, da sind dann die, die die Stimmung machen. Die Supporter wird es da auch tatsächlich genannt. Und ich habe ja da sogar für das Interview, also für diese Interview-Episode mit einem, mit dem Sprecher von den Vekuil Akeyes gesprochen. Das ist praktisch der, ja, Ultra oder, oder, sagen wir mal, Fanclub, der diese ganzen Stimmungen und die Transparente und sowas macht. Wenn man da zum Beispiel nach Aikar und Jurgarden hochguckt, das ist ein Wahnsinn, was die, Jurgarden hat ja gegen Moodoo gespielt in den Playoffs. Und was die für, ja, Transparente da gemacht haben und für riesengroße Plakate, also ein ganzer Block voll, nur ein riesen Plakat, das, was sie dann hochgezogen haben. Die machen schon sehr viel. Also das ist teilweise mehr als bei uns in der DEL. Vielleicht bin ich auch nicht ganz so verwöhnt. Ich weiß zum Beispiel Mannheim, die haben auch immer große Choreos. Oder die Kölner hatten, glaube ich, letztens auch eine richtig große, schöne Choreo. Da bietet sich das ja auch an, wenn die so voll ist, die Halle. Aber es gibt natürlich auch Arenen wie jetzt Wolfsburg oder auch andere kleinere Arenen, wo vielleicht nicht ganz so viel sowas gemacht wird. Aber das ist da schon die, was ich so total beeindruckend fand, das habe ich auch gepostet, weil ich das, ja, das erste Mal live erlebt habe, als ich da beim Spiel Schelleftio oder Vekul-Lakers gegen Schelleftio in Vekul gesehen habe. Wenn der Bulli, der erste Bulli eingeschmissen wird, da war das zumindest in Vekul so und in Rögle habe ich es auch, war das genauso. Da hört man nur diese Supportergruppe. Und die machen dann so einen Wechselgesang. Also einer singt vor und der ganze Block schreit dann danach. Was es genau war, habe ich nicht verstanden, weil so gut kann ich dann auch nicht Schwedisch. Aber das war total beeindruckend, weil diese ganze Halle, ich glaube, da passen 6000 oder so rein in Vekul, hat, also das war ein Riesendruck. Richtig klasse war das. Und das war in Rögle auch, in Engelholm, wo die praktisch vor dem eigentlichen Spiel erst mal gezeigt haben, wir sind hier Hausherrn und jetzt werden unsere noch mal richtig angeheizt. Das war sehr, sehr cool. Sowas in der Art habe ich in Deutschland noch nirgends gehört. Was ich auch ganz interessant fand, jetzt hat man natürlich, ja, dieses, das schwedische Eishockey ja schon als sehr erfolgreich auch so vor sich. Und da hätte ich mir jetzt beispielsweise auch vorgestellt, dass es da auch mehr Akademien gibt, was das Eishockey angeht. Ich denke mal eigentlich, dass das so ein bisschen mehr ist als bei uns. War es aber gar nicht, ne? Ja, also es ist so, dass die schon eigentlich an jedem größeren Standort, also Eishockey-Standort, dann auch so sogenannte Sportgymnasien haben. Und da ist auch in der Regel immer irgendwie eine Eishockey-Abteilung mit dabei. Da geht es nicht nur um Eishockey in diesen Sportgymnasien, das ist ja in Deutschland gibt es ja auch solche Sportgymnasien, aber es gibt schon sowas und es gibt auch welche, wo nur Eishockey dann ist, ne? Und zum Beispiel in Engelholm war ich ja auch mit Spielern, also mit dem Dustin Willhöft, das ist ein Deutscher, der an der Akademie, an der Eishockey-Akademie in Rögle dann spielt. Und das ist schon so, dass es, in Wecku zum Beispiel gibt es auch einen Nachwuchs, der auch als, also ich weiß nicht, ob es eine Akademie ist, aber also schon ganz anders organisiert und viel größer als bei uns. Sodass die also auch aus diesem Grund schon viel, viel Nachwuchs dann in die Liegen spülen, in die unteren Liegen und da gibt es auch eine gute Durchmischung für die, die halt sehr leistungsfähig sind, die, für die ist es nicht so schwer, einfach mal in die, in die oberste Liga, also in die SRL auch hochgezogen zu werden, ne? Wenn sie aus dem eigenen Nachwuchs kommen, das ist schon interessant. Wie, wenn man sieht, ich habe jetzt für, als ich beim Matthias war, bei dem Hockeyhertern, habe ich mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, wie die einzelnen Spieler nur für Weckrömer, ne? Wie die durchmischt sind, also das ist schon spannend. Und wie gesagt, ob es, wie viele Akademien es jetzt gibt, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber eigentlich gibt es, wie gesagt, fast an jedem Standort, wo eine SRL-Mannschaft ist oder eine Aus-Svenskan-Mannschaft, gibt es schon dann auch einen sehr, sehr guten Nachwuchs. Das ist schon ein bisschen anders. Man muss sich ja auch mal vor Augen führen, was man teilweise für Distanzen zu überwinden hat. Sagen wir mal, wenn einer in der Nähe von München, aus der Nähe von München kommt, der kann rein theoretisch ja, oder Ingolstadt, der kann auch nach Ingolstadt fahren, pendeln irgendwie. Aber wenn du dafür dann 100 Kilometer fahren musst, jeden Tag, das geht nicht mehr, ne? Und deswegen sind dann oftmals auch so diese Gymnasien natürlich so wie Internate, ne? Ja. Einfach um das sicherzustellen, dass die dann auch entsprechend nicht diese Fahrten auf sich nehmen müssen und sowas, ne? Ja, die Talente, sage ich jetzt mal, schaffen ja auch des Öfteren mal den Sprung in die NHL. Wir haben am Anfang schon ein paar bekannte Namen gehört. Da bist du ja eher Experte als ich. Ja, also wie gesagt, als Toronto-Fan ist natürlich wie William Nieländer gleich so der erste Punkt gewesen. Wie gesagt, ja, und Metzendin. Trotzdem, das fand ich auch sehr, sehr, sehr krass eigentlich. Das hattest du ja auch in der Folge entsprechend thematisiert, dass man das in Schweden, dass das ja schon auch Teil der Ausbildung ist, dass es halt einfach auch mal nach Nordamerika gehen kann. Und dass es da relativ neutral gesehen wird. Jetzt die Frage an dich, wie empfindest du denn das Ganze in Deutschland? Jetzt haben wir natürlich jetzt nicht so viele, die, ja, sage ich jetzt mal, in die NHL direkt kommen. Es werden immer mehr. Aber trotzdem ist ja da auch eine gewisse Entwicklung zu spüren. Wie empfindest du das in Deutschland, so wenn du jetzt diesen Vergleich mit Schweden hast? Also ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so viel anders. Die Schweden freuen sich ja einerseits für die Jungs, die halt rübergehen können. Das hatte ja gerade Ilka, die hat ja das relativ im Interview dann auch mal gesagt. Ja. Aber dennoch ist es natürlich auch ein bisschen schade, wenn die gehen, weil die, ich sage mal, diese Qualität geht erst mal. Kommt zwar dann auch viel Gutes wieder nach, weil die halt einen sehr, sehr guten Nachwuchs haben. Aber erst mal ist der Spieler oder die Qualität, in die man sich so ein bisschen verliebt hat als Fan, ja erst mal verschwunden, was die Greifbarkeit angeht. Und wenn sie dann in Nordamerika sind, dann sind sie zwar noch da, aber die haben ja das gleiche Problem wie wir, dass die dann immer mitten in der Nacht spielen. Und natürlich ist das nicht für jeden so einfach zu verfolgen. Und so ähnlich sehe ich es halt in Deutschland auch. Ich freue mich für so Jungs wie Peterka, der jetzt bei euch da aus Münchener Nachwuchs nach Nordamerika geschafft hat. Oder Seider oder Lukas Reichel oder so, ja. Und auch die Spieler, Stütze oder Tobi Rieder, der vorher drüben war. Das sind natürlich, ist das schon cool. Und tatsächlich, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, ist das auch ein Grund, warum ich einzelne Teams überhaupt verfolge in der NHL. Für mich ist die NHL immer noch so ein bisschen, also ich weiß, dass das die geilste Liga der Welt ist oder die stärkste Liga der Welt, glaube ich, hat Bernd Schwicker hat in seinem Buch geschrieben. Ja, so richtig. Ja, ist ja auch, da hat er ja auch recht, offensichtlich. Wobei ich das halt nicht so einschätzen kann, weil ich die NHL nicht so verfolgen kann, einfach aus Zeitgründen. Aber die Teams, wo Deutsche sind, da gucke ich selbst ich als jemand, der die NHL eben nicht so intensiv verfolgt, schon ganz gerne mal hin. Und Dreiseite ist klar mit den Eulers oder eben selbst Buffalo, denen es nicht so besonders gut gelungen ist, vorne mitzuspielen jetzt in den vergangenen Jahren. Man hat ja schon von Losing Mentality gesprochen und sowas. Aber selbst da gucke ich halt trotzdem gerne hin und schaue doch mal, was der Peterka so treibt. Oder eben Detroit, die ja auch jetzt nicht unbedingt ganz vorne mitspielen mit Mo Seider. Ja, ich meinte mit Kras vor allem deswegen, ich habe es Kras genannt jetzt gerade, weil das ja auch aus deiner Episode herauskam, dass die Schweden ihre Liga ja schon als sehr stark einschätzen, die sie ja auch ist. Und vor allem, wenn man jetzt auf die CHL guckt, wird die ja in Schweden nicht so angenommen. Genau aus dem Grund, weil man sagt, unsere eigene Liga ist so stark. Und deswegen finde ich es interessant, dass man sagt, ja, aus unserer eigenen Liga gehen halt Leute weg. Deswegen habe ich jetzt gemeint, dass es halt schon irgendwie krass ist. Aber finde ich auch gut, ich sehe es auch da genauso wie du, sowohl hier als auch wahrscheinlich woanders, wenn man in die stärkste Liga der Welt wechseln kann, dann ist es natürlich klar, dass man sich auch dafür freut. Also so geht es mir auf jeden Fall und ich glaube auch die meisten Hockey-Fans bei uns hierzulande. Wenn wir auf die CHL schauen, wie gesagt, das ist so ein toller Wettbewerb, aber er wird in Schweden eben aufgrund dessen nicht so gut angenommen. Wie ist da deine Meinung dazu? Ich habe es ja selbst gesehen. Also ich habe, als ich drüben war, hat Rögle gegen irgendein finnisches Team, ich weiß nicht mehr, kann ich dir gar nicht mehr sagen, welches, ob das Tampere war, die dann später, haben die gewonnen nicht, letzte Saison? Auf jeden Fall irgendein finnisches Team haben die gespielt und die Arena war fast leer. Ja, ein Tag später war ich da und habe dann ein Spiel weg gegen Rögle geguckt und das Ding war fast ausverkauft. Also obwohl die da ein höherklassigeres Spiel gesehen haben und Rögle noch dazu CHL-Meister des Jahres davor war und stolz darauf auch war, trotzdem ist das für die und sie sind rausgeflogen. Also nach dem Spiel war dann, im nächsten Spiel war Feierabend. Und das ist, für mich ist das nicht zu begreifen. Also das ist hochklassiges Spiel, aber die Schweden, also es war ganz interessant, wie Parsi das genannt hat, Kalle Anker Cup. Also Kalle Anker heißt Donald Duck in Schweden und der hat das als Donald Duck Cup bezeichnet. Und da kann man schon sehen, wie abschätzend das so benannt wird in Schweden. Das ist für die, ist das nichts wert. Wenn sie gewinnen, ist okay, das nimmt man mal mit, dann ist man, hängt man auch, wie in Rögle haben sie es ja auch gemacht, ganz stolz dann dieses Banner dann unter die Decke. Aber es bedeutet denen nicht so viel. Ich glaube, für die ist das tatsächlich so, weil es fängt ja auch logischerweise für die Schweden dann in der Sommerpause, kann man sagen, also vor der eigentlichen Saison geht das los. Das heißt, ich glaube, die sehen das eher so, erst mal so als Vorbereitungsspiele. Ja, ich kann es tatsächlich auch nicht nachvollziehen, aber man sieht es ja auch hierzulande, dass die Arenen, man muss natürlich auch dazu sagen, die Termine sind halt zum Teil ja vor der DEL-Saison und auch zum Teil im Sommer. Ja, vielleicht ist das so ein Punkt. Aber gut, bei dem engen Terminkalender, wie willst du es noch anders reinbringen? Also ich muss auch immer sagen, so wie ich Werbung machen kann, tue ich das, auch bei mir im Umfeld, dass man sich diese Spiele anschaut. Weil ich finde es halt, also ich kann es jetzt nur von mir persönlich sagen, es ist ja schön, wenn man dann immer die gleichen Teams auch spielt, aber es ist ja dann vor allem schöner, wenn man sich international messen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es auch so, ich habe das sehr genossen, als die Grizzys international gespielt haben in der letzten Saison. Wohlwissen, dass das viel Kraft gekostet hat und ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht die Kraft dann war, die dann in Spiel sieben gegen München gefehlt hat, aber es ist halt Kraft, die das kostet. Und es hat auch Spieler, also Verletzungen mit sich gebracht von Schlüsselspielern, die da sich verletzt haben in den Spielen. Das ist natürlich eine Sache, die nicht nur den Grizzys so geht, sondern allen, die da teilnehmen, weil es eben sehr hochklassig ist, die CRL, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum allen Teilen so wenig Echo da kommt seitens der Fans vor Ort. Ich glaube, wenn ich das mal so ein bisschen verfolgt habe, wo es wirklich immer sehr gut besucht war, das waren so diese sogenannten Cinderella-Teams, wie Augsburg oder wie Straubing, die haben ja wirklich, für die das eine große Auszeichnung auch war offensichtlich, hätte bei den Grizzys ja genauso sein können, weil auch die Grizzys sind ja nicht ein permanenter Gast in der CRL, jetzt wie München oder wie Mannheim oder Berlin, die eigentlich regelmäßig da auch drin waren. Und natürlich auch hier so, was weiß ich, ich weiß nicht, ob die letztes Jahr mitgespielt haben, die Belfast Giants oder so. Solche Teams, die... Ja, richtig. Ja, und das ist das eben, wenn man solche Teams dann drin sieht, für die ist das ein absolutes Highlight gewesen. Jetzt haben sie ja den Modus ein bisschen geändert und es ist nicht mehr, jetzt gibt es ja noch weniger Cinderella-Teams sozusagen, weil sie sehr verkleinert haben und so. Aber ich sage mal, für die ist das natürlich eine schöne Sache, sich immer international zu zeigen und für die Fans ist das auch ein absolutes Highlight. Die sind tatsächlich immer relativ voll, aber in Deutschland oder eben auch in Schweden und selbst Finnland ist ja nicht wirklich ausverkauft oder sowas. Ja, schade, ne? Auf jeden Fall. Bei der Höhe der Qualität und dem... Ich meine, wenn es nachher dann zum Halbfinale und zum Finale geht, dann ist es auch in Schweden voll gewesen. Das ist ja nicht die Frage. Aber trotzdem, also ich war schon auch ein bisschen enttäuscht, als ich das gesehen habe. Also wir können hier nur absolut Werbung machen für diesen Wettbewerb. Zum Abschluss zu dem Teil 1, also zu dem Teil 1 jetzt hier und zu deinem Teil 1. Was würdest du sagen, was kann sich denn das deutsche Eishockey vom schwedischen abschauen? Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn es eine größere Durchmischung aus dem Nachwuchs mit der Liga geben würde. Jetzt muss man das natürlich... Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet und das muss man auch ein bisschen einschränken. Die Qualität in der U20 in Schweden ist enorm. Und wenn dann einer aus der U20 bei den Männern mitspielt im jeweiligen Team, dann ist die Umstellung für die Jungs deutlich kleiner, glaube ich, was die Qualität angeht, als die Umstellung in Deutschland. Weil im schwedischen Hockey das Körperliche eine kleinere Rolle spielt als bei uns im deutschen Hockey. Also hier bei uns wird ja dieses nordamerikanisch-kanadische Hockey gespielt mit viel Körper, oft noch Dump and Chase hinterher und dann rein in die Banden. Das siehst du in Schweden, ich sage mal vielleicht bei Rögle und so. Also es gibt wenige Teams, die so spielen, sondern es geht mehr um Puckbesitz, um Geschwindigkeit und Technik. Und da ist es einfach für die jungen Spieler, denen natürlich auch in Schweden körperlich noch ein bisschen was fehlt, aber leichter mitzuspielen. Wenn ich so darüber nachdenke, im entscheidenden Shootout, also beim Spiel Celeftio gegen Weckrö, wo ich zugegen war, das war ein Spiel, das mag für den einen oder anderen Hockey-Fan total langweilig gewesen sein. Weil das Spiel war ein 1-0-Spiel bis ganz kurz vor Ende des letzten Drittels. Dann schoss Celeftio ein Tor, es war 1-1. Dann ging es in die Overtime, es passierte nichts. Und dann ging es logischerweise in ein Shootout. Und da hat den entscheidenden Puck ein 17-jähriger Verteidiger von Celeftio geschossen und hat das Ding versenkt. Und das ist absoluter Wahnsinn. Und ich würde mir wünschen, dass bei uns die sportlichen Leiter ein bisschen mehr Mut hätten. Und ja, aber das Problem ist halt, es wird halt anders gespielt in Deutschland. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch nicht auf diese Weise machen, weil die würden dann wahrscheinlich verheizt werden dabei. Ja, trotzdem, dein Appell ist auf jeden Fall angekommen. Und es ist ja auch immer interessant, mal in andere Ligen zu schauen, wie die es machen, um da für sich halt was rauszuziehen. Ja. Wir kommen jetzt zum Teil 2. Und der war ja bei dir vor allem inhaltlich so gegliedert, dass du viele Interviews geführt hast. Und da natürlich, wie gesagt, wir packen das alles in die Shownotes. Und da wäre jetzt meine Frage natürlich gewesen, du wurdest ja akkreditiert. Genau. Und wie lief das denn ab? Also in welcher Sprache verständigt man sich? Du hast schon gesagt, du sprichst ein bisschen Schwedisch. Ist das Ganze auf Englisch? Oder gibt da Google Translator da so ein bisschen Hilfe? Oder wie können wir uns das vorstellen? Oder hast du mal angerufen und gesagt, hallo, hier ist das Sven. Ich möchte mal zu euch kommen. Tatsächlich irgendwie alles. Also die Akkreditierung. Ja, ich sage mal, das fing ja an mit den Akkreditierungen. Erstmal, das war für mich das Wichtigste. Wenn ich in Weckröhe bin, dann wollte ich natürlich mit Tobi Rieder und möglichst mit Kühnackel sprechen, Tom Kühnackel. Das war ja klar, in der Zeit, wo ich da oben bin, das hatte ich auch ein bisschen so gelegt, dass ich dann zu der Zeit, wenn die beiden aufeinandertreffen, in Weckröhe dann auch da bin. Und weil ich wollte natürlich den Deutschen, also bei allem, was ich da gemacht habe, hatte ich immer so diesen deutschen Blick auf die schwedische Liga irgendwie da im Hinterkopf. Und ich meine, wenn die beiden einzigen Deutschen aus der Liga aufeinandertreffen, dann liegt es für einen deutschen Podcast, der quasi auf so einer Art Podcast-Bildungsreise ist. Ja, wir haben auch einen Bildungsauftrag hier beim Podcast. Ja, genau. Dann liegt das natürlich auf der Hand, dass man dann versucht, mit denen zu sprechen. Das habe ich im Vorfeld versucht, da den Kontakt herzustellen. Das war nicht so einfach. Und als ich dann in Schweden war, dann dachte ich schon, oh, das wird wohl nichts. Und dann habe ich nochmal, habe ich so gedacht, naja, wie würdest du das in Deutschland machen? Ja, vorher hatte ich, wie gesagt, so den Weg von hinten zu machen. Also sprich über die Spieler, über Bekannte von den Spielern und was man so alles so für Kontakte selber hat in seinem Netzwerk. Aber das hat nicht so hundertprozentig geklappt. Und dann war ich dann da oben und habe so gedacht, naja, die letzte Rettung, die du halt hast, die ist das, was du ja auch in Deutschland machen würdest. Schreib doch mal die Clubs an. Und dann habe ich mein Schwedisch zusammengekratzt und habe dann um Akkreditierung eben auf Schwedisch gebeten. Und dann war das auch, habe denen erklärt, was ich mache, warum ich in Schweden bin und was ich in Deutschland mache. und dann hat das nicht lange gedauert. Dann habe ich da sehr wohlwollende Antwort gekriegt und dann war ich natürlich absolut happy, weil das dann tatsächlich auch geklappt hat. Auch, man muss ja da auch dazu sagen, in Weckhö haben ja schon viele Grizzys gespielt aus der Vergangenheit. Und zu dem Zeitpunkt letztes Jahr, als ich da oben war, war ja Reddrakjani noch nicht retired. Das kam ja dann erst danach um die Weihnachtszeit, als er wegen der schweren Erkrankung seiner Frau dann seinen Rücktritt oder Rückzug aus der Profikarriere entschieden hat. Der war ja mit Weckhöl Meister geworden. Und solche, ich sage mal, das sind so Quersachen, wo ich halt immer so einen Blick drauf habe. Ich habe immer versucht, so den Wolfsburg-Deutschland-Bezug dann immer da herzustellen. Und dann habe ich denen das, wie gesagt, so geschildert. Und es kam dann ganz schnell eine positive Antwort. Und dann war ich schon mal froh. Mit Schleftio hat das leider nicht geklappt. Also mit Tom Kühnhackel, dass ich mit den beiden gleichzeitig ein Interview machen konnte. Das lag aber auch auf der Hand. Die sind nämlich eine Stunde nach dem Spiel mit ihrem Flieger schon wieder hoch nach Schleftio. Das sind ja so fast 2000 Kilometer oder so, die da, oder 1500, oder die auseinander sind. Und sind dann gleich mit dem Flieger wieder da hochgeflogen, sodass ich also mit den, nicht mit beiden sprechen konnte, aber zumindest mit Tobi Rieder. Und das war schon sehr, sehr cool, den mal zu treffen und mit ihm mal zu quatschen. Ich habe ja nicht nur mit ihm gequatscht, das, was da im Interview zu hören ist, sondern wir haben natürlich davor und danach auch noch ein bisschen gesprochen. Und das war schon, also für mich, ja, als Berichterstatter, aber eben auch als Eishockey-Fan ganz cool, mit so einer Persönlichkeit mal zusammenzukommen und mit dem mal zu sprechen. Ja. Jetzt hast du ja auch schon in der Folge anklingen lassen, dass du unter anderem neben Scouts gesessen bist, auch aus der NHL. Und da läuten natürlich bei mir alle Alarmglocken. Also wenn du da sowas erzählst, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaut, was konntest du denn beobachten? Wie ist denn so die Arbeit eines Scouts? Oder schauen die sich das da ganz entspannt an und sagen, jo, also die Spieler sind eigentlich ganz okay da unten. Also können wir vielleicht mal schauen, dass wir die irgendwie draften können. Oder wie, was konntest du beobachten? Ja, das war schon spannend. Also erst mal habe ich da nicht zwingend mit gerechnet, dass man da so neben so Scouts sitzt. Und als ich dann nochmal die entsprechenden Seiten der Clubs gelesen habe, habe ich natürlich, da war dann ein Punkt auch für Scouts, also Kontakt für Scouts. Da hätte ich mir das denken können, aber ich habe da, ehrlich gesagt, war ich da auch ein bisschen blauig und war dann erstaunt, als ich direkt neben mir, ich glaube, das waren die Anaheim Dachs, der Scout von den Anaheim Dachs war das, glaube ich, der neben mir saß. Und dann waren noch, ich glaube, drei, vier, fünf, ich glaube, fünf waren es insgesamt, die da oben, wo wir waren, in der Pressbox gesessen haben und dann natürlich junge Spieler beobachtet haben. Und ich bin der Meinung, dass man da hauptsächlich wegen des Spielers, den ich vorhin angesprochen habe, den Sandim Pelliker, da war, der einfach ein absolutes Nachwuchstalent ist in der Verteidigung. Der hat ja dann auch in der U20-WM mitgespielt und das ist schon cool, wenn man dann so eine Spieler, die man vorher auf dem Eis da unten gesehen hat, dann nochmal im Fernsehen sieht, bei Weltmeisterschaften oder sowas. Und dann hatte ich den, die haben tatsächlich nicht viel gesprochen, die waren schon sehr verschlossen, also die haben sich nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Aber ich konnte, ich habe dann mit dem nochmal gesprochen und ich sage dann so, und, hast du das gesehen, was du sehen wolltest? Er hat mir also nicht gesagt, um wen es geht. Ja, hast du mir wahrscheinlich auch gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Aber dann habe ich nur, habe ich ihn so gefragt, nach dem verwandelten Penalty da, habe ich ihn dann gefragt, und hast du das gesehen, was du sehen wolltest? Er hat mich nur breit angegrinst, hat gesagt, yo, also ich gehe davon aus, dass es genau der war. Also von daher war es sehr spannend. Wenn du mich fragst, wie die gearbeitet haben, die waren total ruhig. Also du hast gar nicht gesehen, dass die arbeiten. Wir haben ab und zu mal was in ihr Notebook getippt, dann hatten sie da viele Statistiken drin, die habe ich gesehen. Ich habe immer mal so rüber gelugt, das, wie gesagt, habe ich mir schon gedacht. Ich hatte erst überlegt, ob ich einfach mal ein paar Fotos mache, aber weißt du, wenn man so Gast ist und wirklich froh ist, dass das alles so geklappt hat, da will man sich natürlich nicht daneben benehmen. Also habe ich das selbstverständlich nur mit den Augen aufgesaugt, was ich da so alles erlebt habe. Ja, klar. in allen Sinn und habe das einfach so, wie es war, genossen. Muss ich wirklich sagen, das war zwar anstrengend, weil ich da mit dem ganzen Stuff und so musste ich Schwedisch sprechen. Teilweise ging das auch auf Englisch, aber mit manchen konntest du dann nur Schwedisch sprechen. Also insofern, das war schon ziemlich anstrengend für mich, weil ich ja so gut jetzt nicht Schwedisch spreche. Und wo es dann nicht geklappt hat, du kannst mit denen auch Englisch sprechen, aber dann nicht jeder Schwede spricht perfekt Englisch und ich ja erst recht nicht. Also von daher war es dann vielleicht auf Schwedisch sogar besser. Und das war schon anstrengend, aber es war eben auch einfach geil. Das war wirklich so ein kleiner Traum, der da auch in Erfüllung gegangen ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, in deiner Episode hast du ja, ich sage es jetzt mal, wie es ist, Interviews ohne Ende. Also die Eishockey-Fans kennen wir da. Ja, kennt man von euch, aber vor allem die Episode, da kommt wirklich auch jeder Eishockey-Fan auf seine Kosten und wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen über die Fanglubs gesprochen und du hattest Oskar Gustafsson zu Gast, Vorsitzender des dortigen Fanglubs. Wie kam denn da der... Sprecher. Sprecher. Sprecher und Trommler. Sprecher und Trommler, genau. Wie kam denn der Kontakt da zustande? Eigentlich so, wie ich das immer mache. Ich schreibe die einfach an. Okay, also hast du mitbekommen, wenn da ist jemand, der interessant ist für dich. Ja, ja, also als Weckrö-Fan wusste ich ja, dass die der Fanclub sind, der Weckrö-Lakers, die Lackayers. Und dann habe ich da auf der Website bei denen mal geguckt und auch, die haben ja verschiedene Social-Media-Accounts auch und dann habe ich die dann angeschrieben, ob das, weil ich habe denen geschildert, dasselbe wie ich mit den Pressesprechern auch gemacht habe, was ich mir so vorstelle und dann hat das total problemlos geklappt. Also die waren, ich hatte den Eindruck, die waren schon ganz, es hat die gefreut, dass man sich so interessiert für sie. Jetzt, wenn da einer aus Deutschland kommt und der interessiert sich für sie, das fanden sie schon ganz gut und der, Oskar hat ja auch erzählt, dass er auch super Erfahrungen mit Deutschland gemacht hat. Die waren ja mit den Vekul-Lakers in Bremerhaven und da haben die auch mal erlebt, also das muss man ja Bremerhaven lassen, die Fans machen ja wirklich Stimmung. Das ist ja wirklich so. Und das war natürlich auch ein schönes, wie soll ich sagen, eine schöne Erfahrung für die, das zu erleben, wie da so auch Stimmung gemacht werden kann in so einer kleinen Halle. Die ist ja, in Bremerhaven ist ja noch kleiner, also jetzt in der WIDA-Arena, die ist schon relativ groß und modern, die Arena und dann haben die da auch einen Teil so ein bisschen von dieser Kultur, hatte ich so das Gefühl, mit rübergenommen, was so Anfeuerungsrufe waren und sowas. Also das klang teilweise, war das schon so wie in Deutschland auch. Ja. Und wie gesagt, es war super mit denen zu sprechen. Ich war dann mit denen auch im Fan-Blog da und dann haben die mir das auch mal ein bisschen genauer gezeigt alles und so. Das war schon sehr cool und die waren super freundlich alles, alle da und haben Fotos gemacht und wollten wissen, was ich mache und alles so. Also es war ein Geben und Nehmen irgendwie. War sehr cool. Ja. Ja, mit Tobi Rieder hast du ja unter anderem auch gesprochen und da verweisen wir natürlich, wie gesagt, auf die Shownotes. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu viel spoilern. Trotzdem, mir ist aufgefallen, du bist ja schon ein Schlawiner, gell? Hast ja versucht, ihn nach Wolfsburg zu lotsen. Hat er vielleicht off noch was gesagt dazu? Nee, er hat nur gesagt, was ist geschafft für die nächsten Jahre, wer weiß. Ich glaube es ja nicht. Also ich meine, der weiß natürlich um seine Qualität und ich denke mal, der wird, wenn er denn nach Deutschland kommt, schon bei einem der großen Teams landen. Also wie man jetzt sieht bei Tom Kühnackel, der in der letzten Saison ja bei Schellefdeo in der SRL gespielt hat, der ist jetzt in Mannheim gelandet. Klar, ich würde solche Spieler natürlich gerne in Wolfsburg sehen, aber Charlie Flieckhoff ist erfahren genug, dass er weiß, dass er mit denen wahrscheinlich nicht rechnen kann. Und ich realist genug, das auch zu wissen, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Ich habe ihm das auf jeden Fall, glaube ich, schmackhaft gemacht. Ja, das glaube ich auch. Ein Interview ja noch mit Mikkel Agardt. Ich hoffe, ich habe es den Namen richtig ausgesprochen. Ja, Orgert, aber... Orgert, hattet ja auch das Thema Entfernungen in Schweden ja, wie du schon gesagt hast, zum Teil echt heftig. Sie merkt man das den Spielern auch an, so ein bisschen? Also ich habe es denen nicht wirklich angemerkt, wobei man auch dazu sagen muss, die sind ja am Tag davor schon angereist. Ja. Und übrigens, die sind mit dem Bus angereist und nicht mit dem Flugzeug wie Schleftio. Die sind mit dem Flugzeug, diese 1200 Kilometer oder ich weiß nicht ganz genau, wie weit es ist, von Schleftio nach Weckruhe, mit dem Flugzeug morgens angereist und abends wieder nach dem Spiel wieder zurück. Und in der Ost-Wenz-Kahn ist natürlich das Budget ein bisschen kleiner als in der SAL. Ist ja logisch, ist ja bei uns in der DEL und DEL 2 nicht anders. Und die sind mit dem Bus von Örnschölz-Wieg, das ist also auch da ganz oben in Nordschweden, ich glaube 1100 Kilometer oder so, hat der Miguel gesagt, sind sie da am Stück gefahren von da oben bis nach Weckruhe. Da haben sie dann übernachtet, haben noch ein Morningskate gemacht und sind dann zum Spiel am Abend nach Tingsröth. Das ist von Weckruhe nochmal so 30 Kilometer ungefähr. Also die Ecke, wo ich halt immer im Urlaub bin. Und deswegen war ja auch klar, dass ich mir Tingsröth in der Ost-Wenz-Kahn angucken will und zufällig, das war wirklich alles wie gemacht für mich. Es passte zufällig, dass der Miguel Orgert dann auch noch da kommt. Und dann war natürlich klar, dass ich auch mit ihm noch ein Interview machen muss. Ja. Ja, wie gesagt, viele Highlights in den beiden Episoden jetzt zum Abschluss unserer Episode. Was war denn dein Highlight dieser beiden Episoden? War das genau das, dass das einfach alles so zusammengepasst hat? Ich kann mir vorstellen, die Nachbearbeitung der beiden Podcasts war jetzt nicht unbedingt dein Highlight. Nee, war es wirklich nicht. Und es war auch, also ich komme gleich zum Highlight, aber um nochmal die Nachbearbeitung zu sagen, ich war ja im November, Dezember, also in diesem Monatswechsel war ich da drüben. Und rausgekommen ist die Episode, ich weiß jetzt nicht mehr, war es Februar oder März, so relativ viel Zeit dazwischen vergangen. Ich wollte das eigentlich zeitnah veröffentlichen, dann kam aber das Problem, ich kam wieder nach Deutschland und wir wissen alle, um Weihnachten herum ist nochmal ein absolut Spiel und Ende. Super viele Spiele, super viel Druck noch dazu, dass ja der Spielplan ohnehin mehrere, mehr Spiele beinhaltete durch die 15 Teams und ich habe es einfach vor Weihnachten nicht mehr geschafft und ja kurz vor Weihnachten meint damit auch den Jahreswechsel und kurz nach dem Jahreswechsel ist mein Vater dann gestorben und dann war natürlich für mich erstmal ein Monat absolute Podcast-Pause und da hatte ich wirklich Wichtigeres zu tun, als mich im Podcast zu kümmern, auch um diesen wirklich mir am Herzen liegenden Schweden-Episoden, also ursprünglich sollte es eine werden, aber es war einfach zu viel Material und dann habe ich das in zwei Episoden aufgeteilt. Man hätte es auch in drei oder vier machen können, weil es sind ja wirklich trotzdem noch Mega-Episoden. Ja und dann habe ich, ich glaube, ich habe damit dann sogar angefangen, um mich quasi aus meiner familiären oder familiär verursachten Podcast-Pause wieder zurückzumelden und das war auch ein bisschen Ablenkung, muss ich sagen, zu dem, was ich da so erlebt habe, also mit dem Tod meines Vaters. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen wieder zurück in, wenn man das so sagen kann, zurück ins Leben gebracht, sagen wir mal, in den Alltag, ist es vielleicht besser ausgedritten, zurück in den Alltag gebracht und für mich gehört halt in der Saison, ist Eishockey nun mal Alltag für mich. Und das waren so viele gute Gefühle, die dann hochkommen, trotzdem, dass man dann in so einer schwierigen personellen oder persönlichen Situation ist, die mir dann auch einfach gut getan haben. Und dann war das für mich dann eben eine Möglichkeit, auch wieder in den Alltag zurückzufinden. Ja. Und wenn du mich jetzt nach dem absoluten Highlight fragst, das ist, es ist, ich kann das gar nicht an einem Highlight festmachen. Es war einmal die Gesamtsituation, wie du schon richtig sagst, es war einfach so, es passte alles, es war alles cool. Ich habe mit dem, mit einem deutschen Nachwuchstalent gesprochen, was in Schweden gefeilt, an dem in Schweden gefeilt wird, der mit Sicherheit viel besser da wieder irgendwann mal nach Deutschland zurückkommt. Vielleicht bleibt er auch in Schweden. Ich habe mit Tobi Rieder, mit einer NHL-Legende gesprochen, mit einer deutschen. Ich habe meinen Lieblingsklub sehen dürfen. Ich habe mit Miguel Orgert gesprochen. Ich habe mit der Jule Flötgen gesprochen, einer deutschen Torwartin oder Torhüterin, die in der in der zweiten Frauenliga spielt. Alles Dinge, die man ja nicht jeden Tag machen kann und für die man nicht jeden Tag die Gelegenheit hat. und ich habe das einfach alles in sich genossen. Und ich glaube, dass das allergeilste Erlebnis war wirklich das Treffen oder das Wiedertreffen mit Miguel Orgert. Weil das war einfach so herzlich. Wir haben uns vor Corona, also er ist in der Saison, bevor Corona ausgebrochen ist, ist er ganz spät zu den Grizzlies gewechselt und hat tatsächlich wegen Corona nur zwei Spiele gemacht. Und dann wurde die Saison abgebrochen. die haben sich alle vorbereitet, nach Nürnberg in die Preseason zu fahren und plötzlich ist die Saison zu Ende und ich habe den einmal interviewt und einmal mit ihm gesprochen. Aber offensichtlich habe ich da irgendwie bei ihm was hinterlassen, weil dieses Interview, was ich mit ihm gemacht habe, als er dann zu den Grizzlies gestoßen ist, war so halb auf Schwedisch, halb auf Deutsch, halb auf Englisch und wahrscheinlich hat ihm das irgendwie imponiert, das hat ihm irgendwie, ist ihm das in Erinnerung geblieben und das war dann so schön, ich erzähle das immer wieder so gerne, weil es einfach ein wirklich super toller Moment war, so ein menschlicher Moment. Ich sehe den, ich stehe so am Plexiglas und gucke, wie die sich einlaufen und der fährt so an mir vorbei, wie das die, die Hockeyspieler gucken ja dann auch mal raus, da ist ja noch nicht so viel Druck, wenn die sich einlaufen, dann guckt so raus und du siehst richtig, wie irgendwas in dem arbeitet. Den kenne ich. Ja, der schüttelt den Kopf, dann fährt er zur Mitte und kommt dann direkt auf mich zu und klatscht so mit beiden Händen gegen die Plexiglas-Scheibe und hat ein Grinsen, so wie ich ihn auch in Wolfsburg erlebt habe, ein super breites Grinsen auf dem Gesicht und dass er sich wirklich gefreut hat, das hat man so gesehen und dann kommt er nach dem Spiel dann raus, hat übrigens auch ein Tor geschossen in dem Spiel, kommt nach dem Spiel raus, ist der Spielerkabine und kommt zu mir und umarmt mich erst mal. Das war so toll. Da wird man dann, so ein bisschen fühlt man sich ja so irgendwie als Journalist oder irgendwie sowas, als Berichterstatter und plötzlich ist man einfach nur so ein Mensch und das war so ein menschelnder, so ein menschelnder Moment. Erstmal hat man da alles andere vergessen. Das war erstmal nur menschlich und das war, ich glaube, wenn ich einen Moment sagen soll, welches der schönste war, würde ich sagen, ist es der gewesen. Ja, also herausgekommen ist und das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen auch sagen, zwei war wirklich tolle Eishockey-Podcast und jetzt auch mit deinem familiären Hintergrund, wie wir natürlich auch, das hatte ich ja auch damals schon geschrieben, unser herzliches Beileid wünschen und dadurch, dass du da, wie du jetzt gerade gesagt hast, an einem Podcast quasi aus dieser schwierigen Situation auch wieder an der Bearbeitung da rausgekommen bist, es sind wirklich zwei wirklich super interessante Episoden entstanden und ich hoffe, dass wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts diese noch ein bisschen erweitern konnten. Ja, schön, das freut mich, dass ich nochmal Gelegenheit hatte über diese wirklich tollen zwei Wochen, die ich da in Schweden erlebt habe, nochmal zu erzählen und über das, was danach dann kam. Also vielen Dank nochmal für die Gelegenheit an der Stelle. Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt, auch ich persönlich, weil das ist halt auch immer so, die Situation, man bekommt ja aus den anderen Ligen nicht so viel mit, sage ich jetzt mal, wenn man sich jetzt nicht gezielt damit beschäftigt, außer man ist jetzt halt, wie gesagt, mit der CHL ein bisschen eingespannt, deswegen danke dir für deine Zeit. Kein Problem, wie gesagt, die Episoden werden wir natürlich auch in den Shownotes entsprechend packen und für euch HörerInnen, hört auf jeden Fall rein, bei Free & Free Overtime ist immer wert, da reinzuhören wöchentlich und vor allem die zwei Schweden-Episoden. Danke Sven, für deine Zeit. Ja, danke für deine. Mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao. 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 Ciao.